Einen wunderschönen guten Morgen. Donnerstag, der 14.12. In zehn Tagen haben wir es geschafft, dann ist das große Finale am 24.12. vom Schwarzwald Adventskalender. Ich hole mir meinen Kaffee und dann öffnen wir Türchen 14. Zum Wohl. So, dann gucken wir mal, wo die 14 ist. Habt ihr die schon gesichtet? Ich noch nicht. Das ist die 17. Brauch mir noch nicht. 16. 14. Hier. Ein kleines Türchen, aber wir wissen ja, dass die kleinen Geschenke meistens die wertvolleren sind. Aha! Die Verpackung kennen wir ja doch ganz gut. Von der Schwarzwaldwürze, wo wir auch ein Gewinnspiel haben, habe ich ja erst gestern noch mal ausführlich erklärt. Fünf Probieralle haben wir da, aber das sage ich gleich noch mal. Jetzt packen wir erst mal den hier aus. Und da haben wir Großmutters Schokokeheimnis. Eine Gewürzzubereitung. Da gibt es eine Anleitung dazu. Blende ich euch gleich noch mal einen Groß ein. Gucken wir mal, dass wir da die Tage vielleicht noch schönes daraus basteln können. Genau. Und zum Gewinnspiel von der Schwarzwaldwürzel. Also nicht zu der Schwarzwaldwürzel, aber nicht zu dem Produkt, sondern zu etwas anderes. Das ist auch Surprise. Ich weiß nicht, was drin ist. In die Kommentare. Hashtag also Gartenzaunen, wie man früher dazu gesagt hat. Und dann einfach Schwarzwaldwürzel eintragen und alle, die mitmachen, wird dann die fünf Stück dann verlost. Genau. Also dann, wir sehen uns morgen. Bis dann. Morgen ist ja schon wieder Freitag. Gott, die Woche ging schnell rum. Bis dann. Ciao. Bis dann.